Ich spiele jetzt gegen... Du kannst auch gegen Wo verspielen? Ja. Ist egal. Hast du schon gegen Wo? Auch noch nicht, ne? Ich will keinen Einflug mehr zu dem Woch-Targetorn bekommen. Wisst ihr, worüber wirklich keiner redet? Über was? Über Luigi? Über den Louis? Nein, über... Ne. Also ja, aber das ist auch gut so, glaube ich. Ich glaube, ich möchte wirklich, bis auf lustige Begebenheiten auf einem Jahrmarkt, möchte ich nichts mit dem Luigi zu tun haben. Persönlich. Nein, aber wie gut, dass das Wasser ist in Deutschland. Das ist leider ein Wasser. Ja. Das ist so genial. Ich habe gerade zwei Wochen musste ich so Plastikwasser schmecken und das war immer noch schlechter. Also nicht Plastikwasser. Nicht Wasser aus Plastik, sondern Wasser aus der Plastiktasche und es war trotzdem schlechter, als das aus meinem eigenen Wasserhahn zu Hause. Ich hatte auch Schülertauch mal in England gehabt. Boah, das ging richtig räudig. Boah, aber was? Ich war halt in so einer Familie, wo die zum Frühstücken Leitungswasser getrunken haben. Okay, mach jetzt hin. Ja, dieses eklige, chlorgefüllte Überleitungswasser. Ey, ich bin klug, ihr sagt, dass es so ist. Gebt mir eure Meinung, Leute. Wo habt ihr das räudigste Leitungswasser getrunken? Ja. Obwohl, to be fair, man muss da noch sagen. Obwohl, war das so officially trinkbar? Ja. In England? Ich dachte, das war nicht. Ich dachte, die müssen aus Flaschen trinken. Keine Ahnung. Die haben das jedenfalls falsch gemacht. Weil es gibt ja Orte, wo man das legitim nicht soll. So Spanien zum Beispiel. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, wo in Spanien. Der Englische ist klar, dass das so ist. Ich glaube, in Barcelona geht's zum Beispiel. Aber ich war als Kind mal auf Gran Canaria. Da durfte man nicht. Weil das ist aber, glaube ich, auch vor Afrika. Also ist es vor Afrika, deshalb würde das ein bisschen Sinn machen. Oh mein Gott. Ey, das macht sich voll gut gerade. Oh! Ah! Ähm. Aber so... In Brasilien hat er zumindest... Oh mein Gott! Insane! In Brasilien hatte zumindest jeder so einen Filter am Wasserhahn dran. Aber das Wasser war trotzdem eklig. Ja, man kann ja auch diesen Filter kaufen. Ja. So ähnlich wie so ein, ähm, viel geessenes. Ähm. So muss man heiß machen. Oh mein Gott! Huh! Oh! Okay. Okay. Oh mein Gott! Missfire Master! Er ist ein true Luigi, man. Ah! Ah! Oh! Schade, schade. Wenn er ein bisschen so... Ein bisschen mehr am Trigger ist mit den Guns, äh, der Luigi, dann... Dann kann das, äh, ganz anders aussehen hier. Oh! Du musst noch gegen Magic, ne? Ich muss noch gegen Magic gegen Dennis. Ah! Get his ass! Ah! Oh! 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 Da hat er sich verschätzt. Wenn er so ein bisschen niedriger dabei gewesen wäre, hätte er ihn vielleicht getroffen. Er muss halt wieder zurück in die Lab. Er muss zurück ins Lab. Das ist auch so krass von Kimma gewesen. Was? Der hat ja letztes Jahr gefeedet mit so einer neuen Technik für Ultimate, was halt ganz Ultimate-Fans wird oder so. Und dann hat er gesagt, wir haben eine Stream-Review dann und dann und dann hat er einfach nur so ein Bild von ihm und er ist back in the lab, so am Hintergrund so ein Song und das ist dann so eine Stunde lang. Das war's? Ja. Oh mein Gott, also er hat keine neue Technik revealed. Wahnsinn. Was sollt ihr machen? Was sollt ihr das heute machen? Was sollt ihr das heute machen? Was sollt ihr das heute machen? Achso. Ich dachte, das wäre nur ein Spaß gemacht. Das wäre insane gewesen. Nee, der hat's. Ja. Hat dann auch, äh, äh, polisier gepostet und so. Das wäre halt der Scrooistin. Toll gewesen. Ja. Ja. Oh, let's go. Oh, let's go. Ja. 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 Aber was war das nochmal? Aber damit konntest du perfekt bewirten, ne? Ja. 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 Die Schnauze ist unadronomisch. Und der Arknot ist viel zu groß. Aber das ist ja gut. Du hast, du hast perfektes Placing für den Y-Stick, äh, zum, 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 optional. 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 Nein. Nee. Die einzige Hand, die ich kaputt gemacht habe, ist meine Linke. Es musste wörtlich, ähn äh, Box-Controller für Media erfunden werden, damit das Spiel überhaupt spielbar und ein Funktion für. Aber nicht, aber nicht, weil Leute geklaut haben, weil Leute generell sich jeder Hände kaputt ich glaube die ganze zeit ich habe mir einmal eine hand kaputt gemacht das war nicht mal die ja das ist das ist schon nicht so dass das ist ja aber geil das hat in herren zu melee so dass die kontroller weil es sind doch leute mit vox die handprobleme haben genau so wie wenn man klavier spielt und handprobleme bekommt das hat buchstäblich ja alles was handarbeit erfordert die werden auch auf den fingern oder an den handgelenken ich habe 32 gewonnen hat so was wir auch gemacht und da war dann die tag der anwählt die die ja 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 genau Das war schon für mich. Nicht für ihn, für ihn, für ihn. Dann war Dreamland. Aber für den 14 gibt es jetzt nicht mehr. Und das war für mich. Also was? Ich sag mal Battlefield 2. Das war ja richtig gut. Das war so knapp, man. Das war eine richtig geile Match. Warum wurde das jetzt schon nachgeschätzt? Ja, 3 Euro. 2 Euro für die Finale. Also ich nehme mal an, das wird auch irgendwas mit dem Hitmeister zu tun haben. Dakus, das wäre so geil. Die Menschen, die werden wieder durch die Dakus rein spielen. Einfach wieder Brawl spielen. Ja, das wird einfach nicht Brawl gespielt. Dann ist es mal ein Stock IT. Ja, IT-Mack kann auch nicht so ruhig gespielt werden, aber... Ja, der größte fand ich Grund. Also der schlimmste fand ich noch Smash Bar. Ja. Das war so defensiv einfach. Langweilig anzukommen. Und halt, Wii U Pro Pro vorher war so scheiße. Weil der Input lag war ziemlich gut bei dem. Ja. Hm. Und generell halt, das war einfach die... Gamepad hat einfach viel zu viel... Äh, hat das viel zu wenig abgedacht. Ja, ich hab letztens bei, äh, Arcadia mit Jan zusammen eine Menge, äh, Ultimate gespielt. Und war ja überraschend wie viel Spaß das dann macht, selbst wenn er das ewig nicht mehr gespielt hat. Ich hatte so gedacht, das mit dem Input lag wäre schwerer sich dann zu gewöhnen. Aber wenn man die Friendly spielt, geht das halt. Okay. Ich hab Sephiroth erst probiert und gleich mal besser mit Sephiroth gespielt, als mit meinem eigentlichen Main-Game irgendwie schon zu mit, Leute. Hashtag DLC. Ja, bei Awakening habe ich halt Product M lagiert oder Product Plus. Das hat sich auch wirklich viel Spaß gemacht. Ja, ich hab auch fast einen Product Plus mit einer Software. Nur Pikachu. Ja, aber Problem auch, weil es generell allen neuen Switch, äh, Nintendo-Konsolen sei, äh, Deck Wii angekommen ist halt, dass sie keinen, ähm, hier, analogen Trigger mehr haben. Achso, ja. Achso, ja. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil, also analoge Trigger sind ja nett und so, aber in dem Fall, dein Gaten-Controller sind viel zu groß. Ne, ich finde die von PS5 gut, weil die haben ja noch so einen, die können die Resistance ändern, pass auf den Board. Also der, also der Switch-Pro-Controller, der hat ja quasi einen Z-Knopf auf beiden Seiten, ja. Ja. Und das ist auch eigentlich echt nice. Z-Knopf, noch so eine Sache, nämlich beim, äh, äh, beim, äh, beim Gaten-Controller viel zu schwer zu drücken. Aber wenn man so die, äh, die Hände ordentlich auf die beiden Schultertasten legen kann, das geht nämlich auch viel besser beim Switch-Pro-Controller, weil die da mehr Platz haben und der eigentlich so doll raussteht, dann ist das eigentlich echt bequem. Ja, ich benutze ja meine, äh, ich benutze ja hier, ich spiele halt so. Ja, das ist eben, also ich spiele als, äh, Ultimate auch so, dass ich praktisch mit dem Zeigefinger viel mache, aber eben auch mit Schultertasten. Das ist halt viel angenehmer als, obwohl es der gleiche Finger ist. Hier habe ich halt soo, plötzlich. So spiele ich mit dem Daumen und die Seite. Also so. Guck mal, wenn du so hinlässt, wie ich, da kommst du mit dem zweiten Spiel. Von Zeigefinger. Ja, ich auch. Ja, das spiele ich auch. Ja, das spiele ich auch. So spiele ich auch. Ja. Ja. Und halt hier, und hier, und hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Ja. 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 Auf der Seite. Aber hoffentlich, sag ich bald meine Box, der ist ja... Ach, den brauchst du selber? Ja. Ich krieg, ich wird deinen Unternehmen haben, gar. Hm? Ich wird deinen... Nee, ich braue mich auf den Wood oft selber. Nein. Ja, ich habe halt den 3D gesammelt. Ist das irgendwie, jetzt irgendwo einfach? Okay. Halten wir jetzt mechanisch und nur Zwitter. So wie die Führung. Oh How did I play against Molly? You played against Molly? Yeah, 3-0 For you? Yeah